Obwohl man eigentlich mit einem ziemlich schlimmen oder schwerwiegenden Thema zu tun hat, trotzdem ein Lächeln erstens behält und zweitens vom Patienten auch wieder zurückbekommt. Es gibt Menschen, die können das besser, es gibt Menschen, die können es schlechter, aber gerade bei güngeren Patienten ist es für mich einfach sehr wichtig, doch noch ein klassisches Kinderlächeln zu bekommen. Das ist für mich eines der Highlights, was man eigentlich so hat.